So, meine Damen und Herren, dann machen wir weiter. So, meine Damen und Herren, dann gehen wir weiter. So, meine Damen und Herren, dann gehen wir weiter. So, meine Damen und Herren, dann gehen wir weiter. So, meine Damen und Herren, dann gehen wir weiter. So, meine Damen und Herren, dann gehen wir weiter. So, meine Damen und Herren, dann gehen wir weiter. Okay. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, was wollt ihr denn davon? Jetzt haben wir hier. Okay. Sprunge. Ja, auch nicht möglich. Genau. Junge, ist doch in Ordnung. Bitte schön. Mann, ich will euch erstellen. Ich habe die Schlauze voll. Die laufen auch einen der Kamel hinterher. Ich werde jetzt nicht mehr anstreben. Ich werde hier einfach draußen. Ich werde hier nicht mehr anstreben. die Schlampen. Hallo! Wie lange soll ich denn noch die L1-Taste gedrückt halten? Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja komm, lass mich tot, Mann. Mach hin. Habe ich keinen Bock drauf. Ey, du kannst nicht einmal den Pissmammut abkacken. Nein, es kommen gleich 20.000, Alter. Gib doch mal eine scheiß Granate oder einen MG-Geschütz und fertig, du Hurensohn. Stärke haben die hier unten. Okay, er hat auch Stärke, er nicht. Ich schwör's dir, wenn du mich jetzt angreifst, du kackst, Mann, hau dir so die Fresse ein, Alter. Das glaubst du nicht. nein, ich schwör's dir. Oh, ja. Näh, ich schwör's dir. Oh. Oh, ich schwör's! Oh, ich schwör's, oh! Johann! Ja! 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 Wieso kommt der Elefant? Hat der Elefant irgendwie ne Macke oder so? Hab ich dir irgendwas getan, du Kanacke? Mann, verpiss sich von den Dreckspern du Schabkrachten entwächst dich! Das habe ich diesem Pilzmammut getan, Alter! Willst du mich verarschen? Ey, Fick dich doch! Fick dich du Bastardengamer, Alter! Fick dich doch, 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 Alter! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es gibt nur immer 2. Äh... Du, jetzt... ...Demos war ganz sicher 10, also... ...eine Stammarbeit zu... ...zahlen, Hörbomoten zu... ...und dem du das Land ausbefreist. Belohnung für Update 1... ...Ic... ...der Hasshütte, den ich hab sogar eingesperrt. So... Also ich bin überall drüber... ...also von den Bevölkerungen... Äh... ...hier bräuchte ich... ...Nord... ...Ton... ...und... ...Nordschwarzstein... ...Schilf... ...Schiefer... ...Dings... ...Dings... ...Ach hier... ...bei ihm bin ich am dichtesten... ...Aber ja, Raffel... ...Aber ja, Raffel... ... 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 Oh, no. Water, water! Water! Oh, my God. Water, water! Yoda! Yoda! Water, water! Tushi. Knee, knee. I'm out of here. I'm out of here. Oh, my God. So, what about what wants us to do? No, 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 no. I'm out of here. No, no, no... I'm out of here. I'm out of here. I'm out of here. Ich wollte gerade sagen, was heute noch hat. Ich wollte mal mein Handy laden, dann hat noch 20% abgekratzt. Ich wollte es gesehen, aber es wurde kein Alarm ausgelöst, deswegen nur 300 und nicht 1500. Wie gesagt, bei ihm brauche ich eigentlich nur Jaguar-Fell. So, dich hatte ich noch nicht und dich hatte ich noch nicht, ne? Aber dich hatte ich auch noch nicht. Wo muss ich denn hin? Alle zwei Meter in die Richtung. Kann man sich da hochziehen lassen? Nein. Okay, ich muss den nicht geben und dann halt... Dann komme ich auch nicht hoch. Hier. Da muss ich ja rein rechtlich praktisch bis nach da gehen. Eine Schalt brauche ich eigentlich gar nicht. Daxel... Ja genau, die falschen Fälle, die ich nicht brauche. Ja, wie hoch ist denn das? Da kann ich wohl... Ey, wie, das hast du jetzt einmal irgendwie falsch... ...und Schubs hast du irgendwie gefühlt... ...tausende Mauern um dich rum, Alter. Ich frage mich, wo das hier im Weg ist. Irgendeiner hatte doch auch Blut von Ohr, was war nicht? Oder war das irgendwo anders? Was brauche ich denn hier? Sitzstein brauche ich jetzt ja noch viermal. Dann kann ich nämlich meinen Zeitumbogen übermachen. Oh. 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 So, kann Pfeile sehr schnell schießen und nachladen. Schaden vier, Genauigkeit sieben, Feuerritte acht. Ah, was bräuchte ich da, bräuchte ich noch. Nur tun einmal, den wär der. Ja. Ich wollte, aber... das ist der mut ist genau auf meiner strecke So meine Damen und Herren, dann mache ich hier einen Cut, haben gerade die 55. Minute angefangen und dann werden wir uns gleich in der nächsten Folge wiedersehen, in Far Cry Primal.